Musik So, hier sind die Spielerfahrt, die in Las Vegas angekommen sind. Meine Damen und Herren, Givi und Helmut! Das ist ein Zaun, kann ich dir sagen, aber erst mit dem scheiß Karavell und dem Teich und dann mit dem Dating hier. Nee. Nee. Hello, Sir. Ja. Nach meinem Hotelschlüssel. Und Sie sind sicher, dass Sie ihn hier an dieser Stelle verbruchen haben? Nee, 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 verloben hab ich den dahin. Aber hier unter der Lampe, da siehst du viel besser. Sind Sie nicht der abgekündigte Herr Schmitz aus Germany? Nee, ich heiß Schneider. Ach, da werden Sie sicherlich oft mit Herrn Schulze verwechseln. Oh, Givi. Ja, Givi. Hast du eigentlich beim Ausschecken wieder auf deinen Koffer gewartet? Quatsch. Quatsch. Ich warte nie mehr auf meinen Koffer. Nee, echt? Nee, ich bin immer der erste, der vom Bank kommt. Aber da hat Angela Merkel ja wohl besser, oder? Ja. Ja, ja. Ja, ja. Wo und da dann? Kennst du denn nicht das kleinste Gepäckstück der Welt? Nee, das kenn ich nicht. Ihr Beauty-Käse. Ja. Sag mal, sag mal, was macht denn eigentlich deine Fluchangst? Quatsch. Fliegen ist vollkommen ungefährlich. Sachlos. Sicher. Solange du genauso oft lang bist, wie du startest. Aber warum musst du denn eigentlich ausgerechnet Las Vegas sein? Ha! Ha! Ich... 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 Ich will... In Caesar's Palace. Ja? Dann... Dann will ich auftreten bei dem großen Magier Copperfield. Ja? Hä? 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 Ich kann... Ich kann zum Beispiel machen, dass die Luft steht. Ha! Und ich dachte schon, im Flugzeug dein Liebster hätte Kirmes fallen. Ja? Ja? Ich kann mal, wie bist du eigentlich auf Las Vegas gekommen? Ja? Als die mich im Reisebüro gefragt haben, soll der Globus antiquarisch sein, hab ich dir gesagt, sicher. Aber Amerika muss da schon drauf sein. Ha! Und wovon bezahlt sind die Reiser? Ha! Im Volk! Hä? 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 那 Buck! Hä? 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 Aber da hätte es vielleicht nicht alle 49 Zahlen einfach... Ha 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 ha! Hä? Nein, das ist nichts. Aber dafür ist der Spreitempel nicht. Das stimmt. Das stimmt. Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass hier in Amerika nur die Männer der Einfüllschutze abschütteln? Ja, ja, ja. Ja, also was machen denn die Frauen? Abdupfen. Ich bin ja unheimlich froh, dass ich nicht in Amerika geboren bin. Wieso das denn? Ich spreche doch morgen noch Englisch. Das stimmt. Aber diese Reise, diese Reise ist ein Dankeschön an dich für alles, was du für mich getan hast. Ja, was hab ich denn getan? Das ist eine Menge. Muss ich euch erzählen. Also, ich bin mal in den Bergen fast abgestürzt. Wer hat da meine Hand gehalten? Ich bin mal in den Bergen fast abgestürzt. Ich bin mal in den Bergen fast abgestürzt. Und wer hat mich dann, da bin ich fast vor den Autor gerannt. Na ja, fast. Wer hat mich da zurückgehalten? Na ja, ja. Helmut! Das ist nicht du, ne? Kommt der Ansel. Und wie war denn? Letzte Woche, letzte Woche, bin ich fast ertrunken. Wer hat mich rausgezogen? Helmut! Helmut! Komm doch auf! Ne! Ne! Aber scheiße, wo hast du mich geheiratet? Das ist nicht so, dass ich mich geheiratet habe. Jede fünfte Frau macht im Urlaub ja gerne Schnappschüsse von ihrem mitgebrachten Schatz. Ja. Ja. Die anderen vier fotografieren lieber attraktive Männer. Letztes Jahr, letztes Jahr, da war ich doch im Urlaub, ne? In Lund. Du warst in Lund, ich war in Lund. In Lund, in dieser heiligen Stadt, da in Lund. Und, 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 war das ein Erfolg? Ach, ähm, ja? Ähm, das war ein Erfolg! Ein Erfolg! Als der Satz erscheint hat, Steh auf! Steh auf! Wenn du ein Schalker bist! Apropos Schalk, nun, weißt du denn, was der liebe J gesagt hat, als der das Urgebiet erschaffen hat? Ne, was hat der denn da gesagt? Essen fertig! Oh klar! Essen fertig! Wo sind überhaupt ihre Frauen? Ah! Ah! Meine Frau ist auf Safari-Urlaub in Afrika! Ach, nee! Oh Gott! Und wenn ein Löwe sie angreift? Ah! Der soll der Löwe noch konkurrieren mit ihr fertig werden! Haben Sie denn überhaupt noch Sex mit Ihrer Frau? Doch! Hwa ha! Fass jednee nacht! Neee! Fass jedname! Jeden Abend! Fast Montag! Fast Dienstag! Man sollte ja auch jeden Abend mit einem Wundenbuch ins Bett gelt, ja? Ja, okay. Äh, das müssen wir machen. Wir können doch mit einer die Einzige lesen. Aber, Dini, weißt du eigentlich, wie eine Viagra von innen aussieht? Wie eine Viagra von innen aussieht. Ja, ne, ne, das weiß ich nicht. Weißt du nicht? Das weiß ich nicht. Oh, hab ich mir doch gedacht, hatte immer die ganzen Dinosaurier. Ja, weiß ich nicht. Man fühlt sich ja dann wie so ein Zwanziger, ne? Ah, ah, ah! Aber das stört man gewaltig bei der Jartenarbeit. Ich bin ja jetzt, ich bin ja jetzt, so, ja, so, 34 Jahre bin ich verheiratet. So lange? Ja, ja. Aber mit dem Sex, dann klappt überhaupt nicht mehr. Ne, das sagt nichts mehr. Überhaupt nichts. Da ist tote Hose. Da ist tote Hose. Das 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 ist tote Hose. Aber warum? Ja, sagt das denn nicht? Mein Mann, meine Frau ist auch nicht schöner. Ich war auch nicht hier. Aber so schrill kann das doch wohl nicht sein. Hör auf. Guck, guck, ich hab ein Bild. Ja. Guck! 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 Nein, Guck! Guck! Aber ich bin noch länger verheiratet. Das schröre. Guck! Guck! Du meinst, Frau, der schöner geworden? Tja, aber bei uns klappt das. Wir haben noch jeden Tag sich... Hör auf! Hier, hör auf! Guck, wenn du meinst, das wäre besser... Guck, was ist dein Vater? Guck, du bist dein Vater! Es ist ja gut! Es ist ja gut! Guck! Guck, du bist dein Vater! Guck, du bist dein Vater! Guck, du bist dein Vater! Mir macht das nix auf! Nein, wir haben immer noch Sex! Sag bloß! Ich nehm jetzt immer eine gelbe Viagra. Ja. Was nimmst du? Eine gelbe Viagra. Eine gelbe Viagra. Und dann klappt das. Dann klappt das. Dann wirst du nämlich zwei Stunden blind sein. Was ist denn hier los? Was hast du? Was ist denn? Was ist denn? Was ist los? Ich schau mein Handy auf Vibration. Hast du einen Ehrling, Sohn? Ich schau mein Handy auf Vibration. Ich schau mein Handy auf Vibration. Habt ihr Angst? Ja, habt ihr Angst? Meine Frau kommt gleich mit der Katze vorbei. Geben Sie eine Spritze, damit sie schmerzlos einschlägt. Ich schau mal, es geht mich zwar nix an, aber findet die Katze denn alleine auch? Ja, ein Drittel aller deutschen Glauben an den bösen Fluch. Ja, und der Rest ist nicht verheiratet. Nur hört auf zu jammern. Hört auf! Vorige Woche, ne? Vorige Woche, hab dich eine Fälle gelernt. Die war sowas von scharf, ne? Boah! Die war scharf! Ich hab dich auf eine Tour gelegen und dann verführt. Naja! Ja, 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 ja. Das war doch klasse. Von wem klasse? Natürlich ist das klasse, aber auch nicht bei Aldi. Sag mal, was hüpfst du hier eigentlich so rum? Was ist los? Ich habe eine Buchs-Indresse. Dann gehen eure Toten und ziehen dich um. Das geht nicht. Warum geht das denn nicht? Ich bin doch nicht fertig. Ich bin doch nicht fertig.